Ich trinke gar keinen Kaffee, aber ich mag immer dieses Bild, wenn jemand mit so Kaffee reingeht, mit so einer Tasse und Hallo sagt. Hallo. Was geht? Cory hier. Ich bin fertig. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Termine, habe viel zu tun, bin hier auf YouTube, versuche ich einmal die Woche ein Video hochzuladen. Ich bin auf TikTok und versuche jeden Tag drei Videos hochzuladen und dann kommt noch das ganze Churchlife, Seminare, Termine. Ach ja, genau, und vollberuflich bin ich ja auch. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo es mir ein bisschen zu viel wird. Und ich mal ein Video machen möchte. Einfach nur entspannt, ohne dass ich was lange vorbereitet habe, sondern nur, dass ich mich vom Heiligen Geist leiten lasse. Und ich werde nicht viel schneiden. Wenn es dich nicht interessiert, dann interessiert es dich nicht. Dann ist es so. Wenn das Video keine Effekte hat, zum Beispiel, wenn ich nicht mit mir selber rede. Weil das würde ja dann ungefähr so aussehen. Hey Cory, warum geht es dir nicht so gut? Ich habe zu viel zu tun. Ah, okay, cool. Und dann müsste ich es eigentlich noch schneiden, aber das ist mir gerade zu anstrengend. Genau. Ja, mir geht es gerade sehr gut eigentlich. Das Problem ist einfach nur, dass ich mal eine Auszeit brauche. Und genau. Aber ich möchte trotzdem jede Woche ein Video hochladen. Und deshalb habe ich mir gesagt, okay, ich setze mich trotzdem hier hin, rede und lade das, was ich sage, hoch. Und ich bin ja nicht dumm. Also nicht sehr dumm. Ein bisschen vielleicht. Und ich weiß ja, was man macht, wenn man nicht so viel Kraft hat. Und genauso ist es ja mit deinem Handy. So, wenn du den Akku leer ist, dann steckst du es an Ladekabel. Und so, genau so, das tue ich jetzt gerade auch. Ich gehe zu Gott und lade mich wieder neu auf, damit ich wieder neue Videos machen kann und neues Zeug machen kann. Aber jetzt gerade ist gerade die Energie nicht da, sozusagen. Und was ich mache, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich keine Kraft mehr habe, dann gebe ich zum Beispiel sowas wie Kraft Bibelstellen. Und dann werden mir alle die möglichen Bibelstellen vorgezeigt. Und eine Bibelstelle ist zum Beispiel Jesaja 40, 29, wo es heißt, er gibt den Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden. Deshalb sage ich, also wenn ich keine Kraft habe, und so ist es gerade, muss ich einfach mehr Zeit mit Gott verbringen. Das heißt aber auch, dass ich weniger Zeit in Terminen, weniger Zeit habe, Videos zu machen, weil ich wirklich mich mal zurückziehen muss und einfach diesen Ruhetag haben muss. Deshalb ist es auch so wichtig, einen Sabbat-Tag zu haben, den ich zurzeit nicht habe. Einen Tag, wo du nicht den Feiertag, den Sabbat heiligst, sondern wo du zur Ruhe kommst. Weil selbst Gott ist am sechsten, am siebten Tag zur Ruhe gekommen, aus dem Grund, weil er weiß einfach, wie gut es tut, auch mal ruhig zu werden. Das Problem ist, ich habe aber keinen freien Tag. Also ich habe keinen wirklichen freien Tag, weil jeden Tag habe ich einen Termin und es kommt immer wieder was Neues dazu. Und deshalb muss ich jetzt gerade in meinem Leben gerade schauen, wie ich da einen Tag reinbekomme, wo ich auch mal frei machen kann. Und es ist wichtig, dass es mir gut geht, weil wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch nichts nach außen tragen. Gerade auf TikTok, wo ich eigentlich jeden Tag live bin, muss ich ja gestärkt sein, damit ich auch Gottes Botschaft weitergeben kann. 2. Thessalonischer, Kapitel 3, Vers 3. Und da heißt es, Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Das heißt, ich muss gestärkt sein von diesem Bösen, von dem Schlechten und da kommen ja dann auch diese schlechten Eigenschaften. Also wenn du häufiger schlecht drauf bist, wenn du keine Geduld mehr hast oder wenn du sonst und sonst und sonst was mit dir passiert gerade und du hast gerade diese Phase, wo es dir einfach nicht so gut geht, das liegt meistens daran, dass die Zeit zu Gott oder mit Gott zu kurz kommt. Und deshalb, genau, gibt es gerade eine Zeit, wo ich ein bisschen runterkomme und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass nicht immer wieder ein krasses Video hochgeladen werden kann und das wird auch so wahrscheinlich in der Zukunft sein, dass ich, ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das immer schaffe, dieses jede Woche ein Video hochzuladen, was aber immer so ausführlich ist, wie das zum Beispiel von letzter Woche, wo ich über 50 Bibelstellen rausgesucht habe und versucht habe zu erklären, dass Jesus Gott ist. Und genau, diese Videos, diese Art von Videos, die brauchen einfach Zeit. Das Problem ist, ich mache ja alles selber. Also klar, wie gesagt, Gott ist an meiner Seite, aber ich brauche irgendwo, mein Körper ist halt noch immer hier auf dieser Erde und der wird müde und kraftlos und, 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 und. Und ich erzähle wieder um den heißen Brei und ich weiß gar nicht, was ich alles reinschmeiße und was nicht. In Markus 12, Vers 30, da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und mit all deiner Kraft. Das Ding ist, all meine Kraft geht in so viel anderes als zu Gott. Also klar, ich mache diese Videos ja für Gott, also für euch, durch, damit diene ich Gott und euch. Oder auf TikTok oder wie auch immer, das mache ich natürlich und diene damit Gott. Aber trotzdem, genau, gibt es ja auch die Zeit, wo du wirklich einfach mal zur Ruhe kommen musst. Ich wiederhole mich immer wieder, aber das ist halt so der Punkt, wo ich gerade bin. Und das Schöne ist natürlich, dass ich hier nicht alleine bin. Ich habe ja meine Frau hier und sie kräftigt mich ja jeden Tag und unterstützt mich ja auch in allem, was ich mache, soweit sie es kann. Und in Prediger 4, Vers 12 steht ja, einer mag überwältigt werden, also einer alleine, das kann vielleicht zu viel werden. Aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Also, das ist das Ding. Ich ziehe mich ein bisschen zurück, aber habe ja meine Gemeinschaft, die mich wieder stärkt und dass ich wieder an einen Punkt komme, wo ich dann auch wieder konzentriert Videos machen kann. Und, und, und. Naja, das ist sozusagen das, was ich sagen wollte. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ach, gar nicht so lange. Zehn Minuten. Also, ähm, genau. Was ich damit sagen möchte mit diesem Video ist einfach nur, dass es sein kann, dass meine Videos auch mal an Qualität verlieren, weil ich einfach keine Zeit habe oder keine Kraft habe, da hunderttausend Prozent reinzustecken. Ähm, und dann ist es meistens so, dass ich das Video nicht mag, weil es nicht perfekt ist, ähm, was ja nie ein Pepp-Video ist. Ähm, ja. Ja, also, keine Ahnung, was ich damit sagen möchte. Ich, meine Frau hat mir einfach gesagt, ich soll mal vor die Kamera gehen und sagen, was gerade abgeht, damit ihr ein Update habt und, dass ihr für mich beten könnt. Und deshalb, ähm, mache ich das Video jetzt hier und, ähm, lade das hoch. Und, ähm, dann sage ich, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem vielleicht ausführlicheren Video. Vielleicht, aber auch nicht. Bis dahin. Corey hier. Ihr da. Alles klar. Und, ähm, dann verschleude Jean Anthem. Vielen Dank.